Hallo, in diesem Video geht es um die Einrichtung deiner privaten Apple ID für dein dienstliches iPad. Dazu starten wir im Homescreen und wählen die App App Store. Im App Store findest du oben rechts das Kontosymbol. Hier bist du zunächst mit deiner dienstlichen Apple ID angemeldet. Um dies zu ändern und zu deiner privaten Apple ID zu wechseln, scrollst du im Fenster nach ganz unten und wählst Abmelden. Wenn du nun wieder nach oben scrollst, sind die Eingabefelder für deine Apple ID wieder frei. Hier gibst du die Daten deiner privaten Apple ID ein. In meinem Fall einfachste mail.web.de. Nachdem du deine Eingaben mit Anmelden bestätigt hast, kann es sein, dass eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nötig ist. Diese kann entweder aus den Beantworten von 1-3 Sicherheitsfragen, welche du beim Erstellen deiner privaten Apple ID festgelegt hast, bestehen, oder aus der Eingabe eines Bestätigungscodes, welcher dir nach der Eingabe deiner Handynummer per SMS zugesendet wird. In meinem Fall erhalte ich den 6-stelligen Code per SMS, gebe ihn ein und kann mich mit meiner privaten Apple ID in dem App Store anmelden. Nun kann ich Apps für den privaten Gebrauch einkaufen oder herunterladen. Um nun zu meiner dienstlichen Apple ID zurückzukehren, wähle ich erneut das Kontosymbol, scrolle nach unten, wähle Abmelden und gebe meine dienstlichen Apple ID Daten ein. Ausatmen Podcast деньги Untertitelung des ZDF, 2020